Hallo liebe KiCat-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die Version KiCat 7. Hallo, willkommen liebe KiCat-Freunde, der Thomas Engelhardt an dieser Stelle erstmal recht herzlichen Dank für den Hinweis. Hat mir noch hier eine Information zum Leiterplatteneditor Teil 4 hinzukommen lassen, eben hier zur Platinenkonfigurationen. Und das möchte ich euch unter keinen Umständen vorenthalten, deswegen mache ich hier ein kleines Zwischenvideo hier zu diesem Teil 15 Leiterplatteneditor 4, und zwar um die Einstellungen. Ich mache hier mal wieder zu. Ich mache das heute mal hier unter Windows, auch mal zur Abwechslung, dass ihr auch das seht. Ich gehe hier auf KiCat, sage ich möchte hier ein neues Projekt starten. Ich nenne das jetzt mal hier Tutorial 2. Damit habe ich das jetzt gestartet und ich gehe mal hier in den Leiterplatteneditor hier rein. Und ich hatte ja in diesem Video Teil 5, Leiterplatteneditor Teil 4 angesprochen, hier die Platinenkonfiguration. Ich mache das mal auf. So, wir sehen ja jetzt hier unsere gesamte Platinenkonfiguration. Wir sehen auch hier ist nichts festgelegt in diesen Einstellungen. Die Platinenöberfläche hat keine Veredelung. Lötstoppmaske, alles hier bei 0. Auch hier vordefinierte Größen, nichts drin. Auch bei den Einstellungen hier alles soweit auf den Standardeinstellungen. Und ich sage jetzt mal hier, und das ist der Hinweis vom User, dass wir hier Einstellungen von einer anderen Platine importieren können. Und die Firma Eisler hat sich hier schon mal richtig gut in Szene gesetzt. Und zwar haben die hier schon eine Vorlage erstellt. Und da gehen wir mal hier drauf. Wo finden wir die? Also hier Einstellungen von einer anderen Platine importieren. Ich mache das hier mal ein bisschen größer. Also wir gehen mal hier auf unseren Auswahldialog und gehen hier auf C-Programme, beziehungsweise hier C-Programm-Files, die englische Version. Dann haben wir hier KiCat. Dann haben wir hier KiCat 7.0. Wir gehen hier runter ins Share, also C-Programm-Files, KiCat 7.0 Share. Dann haben wir hier KiCat und wir haben hier unten die Templates. Und wir finden hier von der Firma Eisler diese Vorlage. Da gehen wir mal rein. Und wir sehen jetzt hier ist schon mal ein Projekt erstellt worden. Und hier sind sämtliche Einstellungen eben zum Beispiel von der Firma Eisler, von so einem Leiterplattenhersteller hinterlegt in diesem Projekt. Dann machen wir jetzt hier einen Doppelklick drauf. Dann ist das hier ausgewählt und wir wollen jetzt mal hier alles aus diesem Projekt importieren. So, dann haben wir hier also alle Einstellungen und wir sagen jetzt Einstellungen importieren. Und dann wird das hier alles importiert. Wir sehen, jetzt habt ihr es übernommen. Ja, habt ihr das, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gesehen habt im Video, da hat einen Moment, dann ist das hier alles übernommen. Ich sage jetzt hier mal OK, speichern. Macht das hier an dieser Stelle trotzdem nochmal separat auf. Dass das auch wirklich diese Einstellungen sind. Und wir sehen jetzt, fangen wir mal hier oben an beim Editor, hier die Lagen. Da hat sich jetzt erstmal nichts weiter geändert. Aber hier beim technischen Lagenaufbau, da sehen wir jetzt also hier den Bestückungsdruck oben und unten weiß. Die Beschichtung grün. FR4 Naturfarben als Kern FR4. Dann haben wir hier bei der Kupferoberfläche, auch hier war kein Finishing. Hier haben wir jetzt das ENIG-Finishing der Kupferoberfläche. Bei der Lötstoppmaske hat sich nichts geändert. Das heißt also, der Hersteller hier an dieser Stelle nimmt hier keine Änderungen vor. Auch hier bei den Voreinstellungen, Texten, Grafiken, soweit ich jetzt hier auf den ersten Blick mal sehen kann, keine Vorgaben. Textvariablen auch nicht. Auch hier das 12.3 sollte soweit klar sein. Bei den Einschränkungen, da sehen wir jetzt, hier haben wir Einschränkungen, also Mindestfreiraum 0,125 mm. Minimale Verbindungsbreite, ebenfalls hier die 0,125, Mindestleiterbahnbreite und so weiter. Hier hat sich also einiges angepasst. Wir sehen hier mittlerweile bei den vordefinierten Größen für die Leiterbahn einige vordefinierte Größen, auch bei den Vias, die ich hier nutzen kann. Netz lassen, die kann ich mir natürlich wiederum selber anlegen. Die haben wir jetzt hier so nicht drin. Benutzerdefinierte Regeln, die werden nicht importiert. Das kann ich jetzt hier beim Importieren nicht auswählen. Das sehen wir hier. Wir haben hier keinen Verstoß von Schweregraden. Benutzerdefinierten Regeln sind jetzt hier so nicht vorgegeben. Die werden also nicht mit importiert. Das müsste ich dann vielleicht mit Copy und Paste machen, wenn ich das benötige. Und hier den Verstoß der Schweregrade. Da sehen wir jetzt, das sind jetzt die Einstellungen der Firma Eisler. Ich ändere das mal hier beispielhaft auf Warnung. Diese Abpflanzflächenüberschneidung. Und wenn ich jetzt hier nochmal draufgehe, ist das hier noch ausgewählt. Und ich mache jetzt hier mal den Verstoß der Schweregrade möchte ich jetzt hier nur importieren. Dann achtet mal hier auf das Warnung. Und wenn ich jetzt nach Einstellung importieren, zack, dann springt hier die Checkbox wieder auf Fehler. So wie es auch richtig ist. Und so kann ich das übernehmen. Das möchte ich euch trotzdem noch auch zeigen. Und zwar haben wir hier noch unter C-Programme, KiCat 7, Share, KiCat Templates in dieser Vorlage. Ich öffne die mal hier. Ich mache mal das gesamte Projekt auf. Und gehe mal hier in den Leiterplatteneditor. Dann sehen wir jetzt hier in den Einstellungen noch zusätzlich benutzerdefinierte Regeln. Hier hat also die Firma da was angelegt. Verschiedene vordefinierte Regeln. Allerdings sehen wir hier, ist das hier ein bisschen mit Fehlern behaftet. Und hier müsste man jetzt also erst einmal, bevor man das mit Copy-Paste einsetzt, mal schauen, wo hier oder woran der Fehler liegt. Wie man den jetzt hier eventuell wieder vom Hof kriegt sozusagen. Was jetzt hier syntaktisch nicht richtig ist. Das kann daran oder damit zusammenhängen, dass im Prinzip jetzt hier ja mittlerweile von KiCat 7 auch die Version 7.0.1 raus ist. Wo sich hier eventuell Änderungen ergeben. Da müsste man jetzt mal im Einzelnen prüfen, was sich da dahinter verbirgt. An dieser Stelle nochmal der ausdrückliche Hinweis. Ich erhalte hier von niemandem Geld oder Zuwendungen. Und mir ist das auch persönlich völlig wurscht, wo ihr eure Platinen machen lasst. Das ist jetzt hier nur ein schönes Beispiel gewesen, was ich euch zeigen möchte. So könnte man also sich Vorlagen anlegen oder wenn man eben, wie hier in dem Fall von der Firma Eisler solche Vorlagen hat, schnell seine Einstellungen importieren. Und muss ich da eben nicht durch ewig viele Einstellungen durchklicken und das mühsam von Leiterplatten, von Webseiten herunterziehen und eintragen. Ich gehe davon aus, dass da auch in diesem Zusammenhang demnächst sicherlich der eine oder andere Platinenhersteller noch hinsichtlich diesen Einstellungen noch nachziehen wird. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Danke für den Hinweis und bleibt gesund bis die Tage. Tschüss.